Dein Wort Ey stimmt, man sollte sich vielleicht doch mal diese Buffs dann durchlesen Ach, Iob könnte ja nicht lesen, passt schon Ja, also ich darf das, ja Ich muss zuerst draufhauen und dann fragen Blut Drei 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 Herr Drei Drei Flutsch weg. Okay, aber wenn ich jetzt ein Feld von denen wegstehe und dann draufhau, zählt das auch als Nahkampfangriff? Wenn du ein Feld wegstehst, ne. Achso. Ja, Hackl, du schaffst das. Wedel bis ich mit deinem Zaubersterb. Ich weiß noch 5 Sekunden. Ich weiß noch nicht. Alter, das ist ja mein Schaden. Ich weiß noch nicht. Wow, er wurde explodiert. Hat's Bogen gemacht. Ja, Explosion. Oh, diesmal gab's mehr. Also ich bin dann mal raus für heute. Jo. Bis morgen, ne. Wie, Hackl, gehst du schon pennen oder? Ja, also, nee. Ich flog mich auf die Couch. Okay, viel Spaß. Jo. Ah, Hackl? Genau, wir ziehen ja um im Juli, ne? Ja. Ja. Oh, Grillparty. Oh, ja. Auf jeden. Bis wir besoffen vom Stuhl fallen. Nein. Ja, vielleicht. Doch. Ja, mach schon. Jo. Bis morgen, ne. Jo. Jo. Servus. So, was machen wir jetzt? Mach kurz was. Ha, der Wohner ist jetzt auch geflaggt als, ähm, äh, hier, Rechtsradikaler, ja? Ja, ich hab jetzt irgendwie minus 80 bekommen. Ja, das ist... Dabei hab ich dabei irgendwie gewartet. Ach, scheiße, das ist doch nix. Aber wahrscheinlich kann die Dinger ja aufpflanzen, fällt mir grad ein. Ha! Äh, platz ich mal ein paar. Ähm, können wir nicht dauernd so verkacken. Wie jetzt... Hier ist not enough space, alter. Am Arsch ist hier. die 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 da kam grad was raus Ja, hier ist ja eine große Gruppe. 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 Ganz schön voll, ne? Guck mal hier, 618. Ja, hier ist ja eine große Gruppe. Guck mal. Ja, hier ist ja eine große Gruppe. Guck mal aufs Maul, oder? Elemental resistance increased according to the element used. Aha. Okay. Das bedeutet, ich soll einfach nur draufhauen, glaub ich. Ja, aber die kannst du auch nicht draufhauen. Wenn ich schon plattes. Ja, fuck. Ja, fuck. Ja, fuck. Ja, fuck. Ja. Wunder, du hast einen 40er Loot-Bonus. Warte mal. Ja, der Wohner, der hat einen Loot-Bonus irgendwie. Ich hab gesehen. Da verschweigt uns was, ja? Ja, der hier, ja, 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 ja. Das ist ja hier ein Eno-Troft, ja? Wenn du einen Rechtsklick auf dich machst, dann siehst du das. Okay. Nee. Gilden-Bonus, Regions-Bonus, Almanacs. Ja, mal. Almanacs gibt's heute, ähm, Dings-Bonus, ja? Ach so, scheiße, genau, da muss ich auch noch hin. Oh, das mach ich dann gleich, dann lauf ich wieder ganz schnell hierher. Und dann haben wir... Ja, aber ich weiß nicht, ob hier irgendwas Sinnvolles droppt, aber... Doch, eigentlich droppt hier auch Sinnvolles. Ach so, ja dann, äh, weil wenn ich dann mit allen drei Charakteren einen 40 Bonus hab, dann könnte man schon, glaub ich, was ordentliches kriegen. Ja, sind wir gerade ziemlich geizig. Ja. 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 Minus-Resistenz auf Feuer. Minus-35. Ja, der eine da oben. Ja. Ja. Minus-Resistenz auf Feuer. Minus-35. Ah. Ah. Ich bin mal, weil ich Wasser raufhau. So, und jetzt hau ich ihn weg. Hier, taktisches Gameplay statt Hau drauf, ja? Ja. 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 Ich, ich bin Hau drauf geiler. Ja. 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 Ich meine, Arjobbuner, die abknallen, ja. Na, guck mal. Cool. Ja. Ja, dann hol ich mal, ich muss über den Almanachs äh, Bonus oder das? erst mal einen speichern und bin gleich wieder da. Ja, mach das. So, was ist das Kack-Ding? So, hier, komm, Tempel. Eingeküpf dieses Rückport-Ding zum Tempel, ey. Das würde ich wahnsinnig werden. Ohja, das benutze ich aber, wenn ich in den Minen bin, Alter. Sonst dauert das ziemlich lange wieder rauszulaufen. Ohja, aber gab ich ganz schon bei uns, hier. Ich kann ja die hunderte Sachen geben, die ich hier rumliegen hab. Ja, ich muss ganz überleben, muss ich erstmal ganz kurz mal nachgucken, was für ein Scheisse überhaupt anhaben oder ob ich überhaupt irgendwie... ich überhaupt ein scheiß an habe ich habe 87er umhang hunderter dinge 90er schuhe habe ich an 60er regen 80er sachen 60er helm 60er amulett gott sehr peinlich ich kann ja die dachten geben was ich habe und dann kann es ja gucken was du brauchst ach die rampart boots die du gerade gelootet hast ne ne sind doch die oder weil ich habe ich habe auch welche die sind aber für level 106 das sind aber auch dieselben boots aber die haben die haben erde und feuer ja gut egal die sind grün oder ja ja gut ich habe nur weiß ich dann habe ich nach dem boom und boot habe ich auch noch wieso kann man hier nicht in die wandertasche gehen weil du garten weil du gerade als vier outlaw hier rumstehst aber aber ich habe nachgelesen dass du das zum beispiel im bonter oder so gehst du zu den fresssäcken die die machst du immer in einem schlag tot auch auf dein level halt und dann kriegst du halt pro toten pro fresssäcken die killste wieder zehn punkte also ja wenn du fährst zur fookia also ja dann gehst du dann nach der fookia und machst das da da gibt es überall so eine fresssäcke du wirst du wirst du schon dafür haben das ist das vielleicht aber schon unfair ja jetzt muss ich dir schon in die scheiße zuschieben sonst das ist bei mir einfach nur müll dass ich sowieso einfach wegschmeißen geil oh ja das schult bestimmt ja der helm das ist das gut ja gucken wir so so okay das geht ja nicht das ist ja okay danke schön ja bitte ich muss doch kurz mal umlocken das ist ja doof ich kann sie nicht rüber geben die Sachen ja guck mal hab ich also stimmt man muss ja mal den Charakter wechseln ich zieh schon mal ui dankeschön hm bitte auch ruhen haben äh ich mein Wandergäms hm 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 also eigentlich hab ich genug ich baue nur Gartengäms hm 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 wenn man denkt früher musstest du richtig schwer für die Gäms